Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen zu Kultur im Bunker. Die Corona-Pandemie hat die Kunst- und Kulturszene seit 2020 arg gebeult. Das kulturelle Leben ist fast zum Stillstand gekommen. Um trotzdem sichtbar zu bleiben, hat der Kulturbunker seine Aufführungen und Ausstellungen ins Internet verlegt. Mit der Digitalisierung möchten wir die Kultur auf alternativen Wegen zum Publikum führen. Hierbei gilt es die Kulturschaffenden zu unterstützen und ihnen ein Forum zu bieten, damit für alle die Kunst erhalten bleibt. Sie sehen hier einen Querschnitt unserer kulturellen Angebote in den Bereichen Ausstellungen, Musik und Kindertheater. Digitalisierung kann hierbei durchaus als Chance begriffen werden, auch wenn der eigentliche Dialog zwischen Kunst- und Kulturschaffende und seinem Publikum nicht real existent ist. Die Sehnsucht nach Live-Kultur, Kontakten, Neon-Emotionalitäten wird bei Zuschauerinnen und Zuschauern ebenso groß sein wie bei den Künstlerinnen und Künstlern. So hoffen wir, dass wir uns in absehbarer Zeit wieder im Kulturbunker begegnen können. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung. Die Kunst ist zwar nicht das Brot, aber der Wein des Lebens.